Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei Wise, äh, Sohn of Rom. Und wir müssen, äh, Rom verteidigen und dann danach den hässlichen Kaiser umbringen. Aber jetzt müssen wir erstmal, äh, Rom verteidigen. Aha. Oh, der, der brennt. Den, der Dicke hier muss weg. Oh, ich konnte den von, hin, hinrichten. Jetzt. Oh. Ich krieg' ich, what the fuck. Du hässlicher Typ, man. Nicht Attacke schrien, aber das war nix. Oh, zu früh. Bäm. Und, Händchen ab. Wo muss ich denn hin? So, hier bin ich richtig. Vierte Kohorte. Ja, Herr. Bin ich denn hier richtig? Ich hab' keine Ahnung. Nee, hier bin ich. Glaub' ich falsch. Ah, meine Güte. Hier entlang? Ja. Wir müssen einen Weg freiräumen. Vitalian ist auf der anderen Seite. Du da. An die Arbeit. Ja, Herr. Plünderer. Äh. Legionäre. Nehmen zur linken Verteidigungsstellung ein. Schützen. Auf die linke Plattform. Heute stopp. Ich mach' die seit hier schon. Uh, Wichser. Ähm. Bäh, 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 bäh. Salve abfeuern. So. Was ist mit los? Loll. Ich schlag' jetzt mal in die Luft. Salve abfeuern. Salve abfeuern. Nee, 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 nee. So nicht. What the fuck? Boah, der ist nice, der Move. Boah. Ich hasse diese Dinger. Der Oswald explodiert. Boah. Diesmal nicht. So. Na los Ja, ich zermalme dich So Na, ja, da kommen schon wieder welche Oh, immer nieder, immer wieder Arm ab, Fuß ab, Kopf ab Oh, brem, bäm Oh Schlied Ähm Oh Ich hab keine Pfeile Aua So Oh, Wichser Oh, komm her, Mann Komm runter da Mein Gott, scheiß Bogenschützen Ja Hm Aua Na los So Wir werden einfach hier alle abgeschossen Oh, boah Oh, wieder zu spät weggerollt Oh, hier Stirb, Mann Lass mich los, Mann Lass mich los, Mann Oh, was will er denn, what the fuck So Kleine Boah Oh Das ist noch ein größerer, Digger Er muss mich weg Oh Oh Ähm Und Schnitt Oder Peak Da wollte ich schon wieder einer von der Seite kommen Verfluchter Wichser, Alter So Was hast du jetzt davon Boah So Wie er guckt Alter Was wollt ihr von mir So Mein Freund Das ist so Marius, Sohn Robus, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudicca. Boudicca. General, wir können Sie nicht mehr lange aufhalten. Boudicca. Herr. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch. Die Gunst der Götter ist versiegt. Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Halast angreifen. Los! Verstanden. Die Fortlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge... So. Weiter Rom verteidigen. Topi, topi, do. Hier lang General Boudikas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudikas Schleibwache und töten sie. Oh ja. Oh ja. Der ist total weit weg, redet immer noch mit mir. Na denn, gehen wir Boudikas töten. Oh. Oh mein ja. Ich schlach dich ab! What the fuck? So nicht. Du festen die wieder jemanden an. Oh. 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 Kiek! Oh. Wir sind da noch mehr. Bam. Der fest auch wieder da jemanden an. Oh. ja kommen zwei angriffe die schnauze oh ist da eiskalt mal abgestochen wir haben belagerungswehren auf der anderen seite wo muss ich denn hin immer weiter oben ist die Hand schon verwüstet soll wir abfeuern wo muss ich denn verdammt nochmal hin aua salve abfeuern noch eine salve na der mal los so wo bin ich hier verdammt nochmal auf dem elefanten sie versucht die palastverteidigung zu durchbrechen wie sieht es mit der artillerie aus da oben auf der anhöhe steht ein skorpio herr da oben auf der anhöhe what the fuck so ziemlich viele elefanten die elefanten D! So! Hinterher! Warten Sie auf mir! Ich muss Sie doch erstechen! Dupidupidu! Oh, der wird eklig! Wer gibt dich oder zahl den Preis? Auf dass du Rom zerstörst? Niemals! Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Was ist denn mal los? Oh! Oh, hab ich die! Komm her! Hau her! Na? Oh, wieder so... äh... Dings... Oh! Oh! So früh... äh... so... ja! Hahaha! Na? Was machst du? So... So geht das! Ha! Ich hab den Dreh ein bisschen raus! Haha! Bam! Ergib dich! Tu es jetzt, Bodhika! Was? Nochmal? Heilige Scheiße! Au! Na komm, ich versuche mal abzublocken. Heilige Scheiße! Oh! Heilige Scheiße! Kann man aber auch nicht abblocken? Schwierig. Jetzt, da hab ich sie. Oh, fuck. Oh. Kann man schwierig abblocken? Na, guck mal. Ah. Oh, oh, oh. Oh, blöde Kuh, Mann. Die blutet im Gesicht. Mein Gott. Bäm, bäm, bäm. Aber, es geht nur so einigermaßen. Ah. Bäm. Heiliger Bim Bam. Marius. Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal machte uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Centurio Severus, zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr liest meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht. Eure Eitelkeit. Eure Arroganz haben dazu geführt. Warte, 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 warte. Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaisernero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Deutsch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren sein besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Pretoyaner. Wachen! Wachen! Damokles ist hier. Er will mich töten. Beschützt mich! Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfüllen? Leoncius ist tot, mein Kaiser. Jetzt ist nicht die Zeit, Bodekan. Jetzt ist nicht die Zeit, Bodekan. Lauf! Wieso? Simpel. Rund zerstören. Und damit diese törichte Idee von Zivilisation. Marius! Hacke auf! Ihr Menschen, spielt eure Spiele. Wir Götter, die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. So, da sind wir wieder. Und jetzt müssen wir den Kaiser verfolgen und töten. Aber hier mache ich erstmal Schluss. Und den Kaiser töten wir im nächsten Part. So Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!